So, hallo YouTube von TheGarou und auch herzlich willkommen von mir zu einem weiteren Video meiner Heldenvorstellserie. In dem Video geht es um Runenmeister. Ist ein ziemlich bekannter Held, viele spielen ihn im PvP Endgame, der wird in der Arena geliebt und auch da ist eigentlich die Frage, genau wie bei der Wasserheiligen, wieso spielen denn eigentlich so viele hohe Spieler? Weil der macht nichts, was man wirklich sieht. Also es ist kein Held, wo man sagt, der löst aus, plötzlich fallen drei gegnerische Heldentod um und alles ist gut, zack. Also, was macht der Held? Er fügt 750% Angriffsschaden an fünf gegnerischen Helden in der Nähe zu und entfernt 100 Energie von ihnen. Sprich, 750% Angriffsschaden an fünf Gegnern. Ist okay, er wird keine Gegner killen. Nutzt ihn nicht als Heldenkiller, versucht gar nicht, es ihnen auf Damage zu spielen, es macht überhaupt keinen Sinn. Der Runenmeister haut vielleicht mal auf eine nicht Damage-Capped-Helden ein bisschen was drauf, aber letztendlich wird er nur zum Buffen und Debuffen genutzt, ohne Scheiß. Der wird keinen killen, vergesst es. Also, er entfernt auch noch 100 Energie von ihnen, das ist natürlich praktisch. Wir haben leider viele Helden, die dagegen immun sind. Also ein Dünner oder so kann ja keine Energie entzogen bekommen, interessiert ihn überhaupt nicht. Er lähmt sie auch für vier Sekunden, auch das interessiert einen Dünner zum Beispiel nicht. Aber dieses Lähm bedeutet, dass sie keine Energie aus normalen Angriffen unterlittenem Schaden gewinnen können und keine Heilung erhalten können. Das ist natürlich enorm. Also ein Held, der dagegen nicht immun ist, der macht quasi gar nichts mehr. Der wird nicht mehr proggen, weil er kriegt keine Energie. Der wird nicht geheilt. Der hat die Energie davor entzogen bekommen. Das heißt, der wird auch nicht nochmal ein letztes Mal auslösen. Der ist quasi für vier Sekunden aus dem Spiel genommen. Und das ist halt extrem wichtig. Mir würde jetzt gerade auf die Schnelle kein Held einfallen, außer Dünner, der dagegen komplett immun ist. Und das ist halt saupraktisch. Der Debuff, der Gegner wie sonst was, genau dafür spielt man ihn. Aber nicht nur dafür, sondern auch dafür, dass er alle Debuffs von den verbündeten Helden entfernt. Das bedeutet, alles was drauf ist, Energieentzug, unterbundene Heilung, wenn jemand Meleys auf dem Held spielt oder so und damit die Heilung unterdrückt, das entfernt er. Freeze entfernt er, Stun, gefesselte Effekte, was die Mumie mit den Gegnern macht, entfernt er. Es ist so, so wichtig, einfach alles mal wegzuklären. Saugeil. Und er erhöht die Crit-Rate von sechs zufälligen verbündeten Helden um 60%. Das kommt natürlich mega gut rein, wenn man einen Crit-Dünner spielt, wie ich zum Beispiel. Der Dünner hat dann eh schon einen Crit von 5, 6k. Dann erhöht es nochmal um 60%, dann krittet er wie sonst was rein. Also da ist dann jeder Hit eigentlich fast ein Crit. Ich würde auf 70, 80% Crit-Rate schätzen. Deshalb, wie gesagt, der Held ist enorm wichtig, aber man sieht nicht, was er macht. Man muss es lesen, man muss es wissen und dann, wenn man ihn dabei hat, lernt man ihn zu schätzen, weil man merkt, wie schlecht es ohne ihn funktioniert. So, das Ganze hat eine Abklingzeit von sechs Sekunden. Er fügt 800% Angriffsschaden an alle gegnerischen Einheiten in der Nähe zu, sprich in der Arena, eine Lane, alle sechs Sekunden. Das ist auch nochmal ein zusätzlicher Netter-Damage. Mit diesem Null-In-Talent, mit diesem viereckigen Wappen, habe ich schon gesehen, dass der auch ordentlich ausgeteilt hat. Ich habe es leider noch nicht testen können, ich habe das Wappen nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass auch ein Runenmeister ein ernstzunehmender Damage-Dealer werden kann, mit diesem Wappen. Das wird sich noch zeigen. Ich werde nochmal ein Update dazu machen, wenn da irgendwas sich herausstellen sollte. Jetzt momentan würde ich ihn weiter als Debuffer und Buffer sehen. Und kommen wir zum letzten wichtigen Aspekt seines Skills. Wenn er weniger als 70% seiner Leben hat, also 70%, das ist wirklich nicht, also keine niedrige Cap-Activation, der ist quasi direkt im Cap. Der wird gesetzt, der Dünner vom Gegnerprog drauf oder so, oder die Wasserheilige macht irgendwas, zack, Runenmeister ist im Cap, von 9000 Schaden. 9000 Schaden, das ist nichts. Wenn man den mit Flammenwache spielt, halbiert man das Ganze nochmal, oder kriegt 55% abgezogen, das wären dann 4200 Schaden pro Hit. Macht man in der Arena nicht, werde ich gleich auch noch erklären, aber gegen einen Zeff oder irgendeinen anderen Helden ist der Runenmeister quasi unsterblich. Wie gesagt, 4200 Schaden pro Hit interessiert ihn überhaupt nicht. Und er erhält schnelle Energieerholung und Immunität gegen Koma und Verstummen. Nochmal ein paar Effekte gegen irgendwelche Buffs oder Debuffs. Praktisch, nehmen wir mit. Also, wie gerade gesagt, es ist ein Arena-Held, es ist ein PvP-Held, er wird kein Base-Damage machen, er wird die Base nicht verteidigen gescheit, gut, vielleicht mit den Debuffs und dem Debuff-Removen von den eigenen Helden ist ganz praktisch, aber dafür würde ich keinen ganzen Helden opfern quasi. Ich würde ihn wirklich pur PvP-lastig spielen, LBF, Arena, Narsia im Team, den kann man als Solo-Team verwenden. Irgendwie da ist seine Einsatzmöglichkeit. Und deshalb spiele ich ihn auch so, wie man es jetzt hier sieht, stille Deckung und HL. Da fragt man sich jetzt natürlich, warum zur Hölle? Weil der hat einen Damage-Cap. Da bringt Damage-Reduction nichts. Das heißt, ich waste quasi die Talente komplett. Aber jeder starke Gegner in der Arena hat einen Düner. Dieser Düner wird nicht durch eine Flammenwache oder so gebremst. Interessiert ihn nicht. Wie gesagt, ein Düner ignoriert Flammenwache. Er kriegt den reflektierten Schaden, aber er macht nicht weniger Schaden durch eine Flammenwache. Durch diese 70% Reduction durch die stille Deckung. Nochmal 70% durch das HL. Da haut er aber nicht durch. Das heißt, ein Runenmeister bleibt in der Arena viel besser am Leben mit Damage-Reduction, obwohl es eigentlich auf den ersten Blick keinen Sinn macht. Wenn man jetzt natürlich viel niedriger ist und nirgendwo irgendwie Düners hat oder so, oder noch keine starken Düners, und in Narsia einfach nur ein bisschen mithalten will, kann man ihn auch mit Flammenwache spielen. So habe ich ihn davor gespielt. Ich habe ihn mit Flammenwache Seelenheiler gespielt und jetzt spiele ich ihn halt sehr arena-lastig. Beides möglich. Ich habe jetzt hier dieses Ausweichentalent drin. Macht für mich Sinn. Das Crit-Ding macht keinen Sinn. Der soll ja kein Damage machen. Die beiden Dinger verringern einfach nur seinen Angriff. Das hier, weiß nicht, davon bin ich eh nicht begeistert. Ich habe es drauf, einfach um die Leben zu erhöhen. Letztendlich hat er so wenig Ausweichen. Wenn die erhöht werden, interessiert es auch keinen mehr. Kommen wir zu meiner Verzauberung. Ich habe Heilungsritual drauf. Man sieht gerade nur Level 5 von 5. Ich bin gerade meine Trades am Umbasteln und habe mit dem dummen, was ist denn das für ein Bonus da, dass man 30% weniger zahlt, nicht genug Crit-Resist bekommen. Das habe ich übrigens auch drauf. Crit-Widerstand. Um es auf 6 von 6 zu bekommen. Man sieht hier, Crit-Widerstand. Das soll noch auf 6 von 6. Am besten 7 von 7. Ich arbeite dran. Ist alles nicht so leicht. Also, wie gesagt, Crit-Widerstand. Hier sieht man auch Crit-Widerstand, LP. Genau das, was er braucht. Und auch hier würde ich empfehlen, baut ihn auf Crit-Widerstand und Leben. Der soll so viele Leben wie möglich haben und zusätzlich dazu halt so viel Crit-Widerstand wie möglich. Ich habe ihn erst auf Ausweichen gespielt. Das macht nicht viel Sinn. Weil, ganz ehrlich, wie gesagt, ich bin jetzt in der Endgame-Arena. Jeder Dünner hat 40k Genauigkeit. Was bringt mir da ein verdammter Runenmeister mit 20.000 Ausweichen oder so? Oder 15.000 Ausweichen hatte der sogar nur. Packt Crit-Resist drauf. Wenn ihr im Endgame irgendwas reißen wollt, alle spielen Crit-Dünners, ihr kontert die Dinger mit Crit-Resist, dann kritten die wenigstens nicht die ganze Zeit. Durch die Damage-Reduction tankt der dann vielleicht sogar Dünners teilweise. Also der steht echt lange in der Arena. Kann man sich nicht beschweren. Ich habe jetzt leider wieder mein übliches Problem, dass ich einfach zu hoch in der Arena bin und schlicht und ergreifend niemanden schlagen werde. Ich kann Vato versuchen. Den habe ich schon oft genug geholt. Das ist immer so eine 50-50-Aktion. Wenn ich ihn schlage, ist natürlich fantastisch, weil der ist, glaube ich, gefühlt eine Million macht über mir. Wenn nicht, komme ich damit gut klar. Es ist die Top 30. Irgendwo ist dann für mich auch Schluss mit 1,3 Millionen Macht. Man wird nicht viel vom Runemeister sehen. Der ist bei mir drin. Der wird den Crit vom Dünner buffen. Der wird seine Debuffs von den Mates entfernen. Aber er selber wird nicht ausschlaggebend aussehen. Es wird nicht so aussehen, als würde jetzt plötzlich drei Gegner weghauen. Einfach, weil es nicht so ist. Wenn ich jetzt Vato hier angreife, mein Runemeister sitzt da unten. Man sieht, so schlecht hält der gar nicht aus. Der kippt mir jetzt viel zu schnell um, glaube ich, weil der Dünner drauf geprockt hat. Das ist natürlich doof gelaufen. Jetzt sieht man nicht mehr allzu viel von dem. So, jetzt kommt er wieder. Wenn jetzt ein Heel auf den mal kommen würde, was ich einfach hoffe, weil sonst stirbt er mir direkt wieder weg, wäre natürlich traumhaft gewesen. Kam kein Heel. Pech gehabt. Ich gewinne die Runde wahrscheinlich trotzdem. Wundervoll. Ey! Bin trotzdem total zufrieden. Auch wenn mein Runemeister direkt verreckt ist. Passiert auch mal. Ja, wie gesagt. Man hat jetzt nicht viel von dem gesehen. Der hat zwei, dreimal ausgelöst. Der hat zwei, dreimal sämtliche Debuffs von seinen Mates runtergehauen. Und das ist nicht aufgefallen. Also, wundert euch nicht, wenn ihr den Runemeister drin habt und euch fragt, was macht der eigentlich? Alles, was er macht, sieht man nicht. Die ganzen wichtigen Sachen, die der Runemeister kann, sind unsichtbar. Die passieren einfach im Hintergrund. Ist ein geiler Held. Kann man einfach so festhalten. Ich liebe den. Ich habe den überall drin. In Narsia. Ich habe den in der Arena dabei. Ich habe den im LBF in meinem besten Team dabei. Einfach, weil der so essentiell ist. Mit seinem... Allein, dass er alle Debuffs entfernt. Das macht den schon stark genug. Und dann debufft er die Gegner noch wie sonst was weg. Sau, sau brutal. Alles klar. Ich hoffe, ihr habt jetzt rausgezogen, wie man den am besten bauen sollte. Ich hoffe, ihr versteht, warum der in der Arena so gut ist und so beliebt ist, obwohl er einfach nach nichts aussieht. Aber da steckt mehr dahinter, als man sieht. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis denne. Bis denne. Vielen Dank.